Eine vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln-Hohlweide. Das im Jahr 1920 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Die Ausstattung befindet sich in der dritten Etage. Die Ausstattung befindet sich in der dritten Etage. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 945 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Das war's für heute. Vielen Dank.